Hallo zusammen, vielen Dank für die vielen Glückwünsche über Facebook, über WhatsApp oder persönlich, wie auch immer. Aber, eins muss ich euch erzählen, die beste Story hat meine Tochter gebracht, die ist jetzt vier. Und die hat mir eine Karte ausgesucht. Und zwar ist es die. Hat sie selbst ausgesucht. Das war Umschlag Nummer eins. Umschlag Nummer zwei, auch selbst ausgesucht und selbst verpackt, ein Überweisungsvordruck von Zweckverband Tierkörperbeseitigung Nordbayern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben wieder ein kleines Problem und zwar tropft unser Mähwerk. Das ganze Ding war schon in der Werkstatt, allerdings haben die ganz schön gepfuscht. Entweder hat der Stift geschweißt oder was auch immer. Auf jeden Fall so war das ganze nichts. Ein Hektar gemäht und dann hat es wieder getropft. Also jetzt gucken wir mal. Jetzt müssen wir erst mal den Rissgas suchen. Dann schauen wir, dass wir den verschlossen kriegen. Und dann füllen wir neues Öl auf. Probieren es aus. Mal gucken. Musik Jetzt müssen wir noch abwarten, ob da noch eine Öre austropft und dann können wir vielleicht wieder mähen. Jetzt müssen wir noch abwarten, ob da noch eine Öre ist.